Wie wird man von Ringwärms Ritt komplett? Ringwärm, Dermatophytose, ist eine Pilzinfektion, die die Haut, Nägel und Kopfhaut wirkt. Es ist eine Krankheit, die verschiedene Bereiche des Körpers beeinflussen können. Tinea ist der medizinische Name für Ringwärm. Es ist keine lebensbedrohliche Erkrankung wie Psoriasis. Es kann auch leicht mit Medikamenten in Apotheken verkauft behandelt werden. Dieser Zustand der Haut ist besonders häufig bei Kindern. Dieser Zustand ist nicht so ernst, es sei denn, es die Kopfhaut betrifft. Es gibt verschiedene Arten von Tinea jeden Körperteil zu beeinflussen. Allerdings gibt es natürliche Wege, Psoriasis und Tinea zu behandeln. Es ist eine ansteckende Krankheit und muss größter Sorgfalt gegeben werden. Es gibt verschiedene Arten von Ringelflechte, die Infektionen gehören, die die Haut auf ihren Körper auswirken. Es kann manchmal die Kopfhaut auswirken. Die Flechte, die die Leistengegend beeinflusst, wird Tinea cruris genannt. Die Flechte, die die Füße beeinflusst, wird als Tinea pedis genannt. Die Symptome variieren an Abhängigkeit von der Art der Ringelflechte. Jedoch sind die häufigsten Symptome sind juggende, erhabene, rote, schoppige Flecken, die dazu führen können und Nässen blasen. Die Symptome der Scharpilzflechte Um die Art der Flechte auf ihren Körper zu identifizieren, ist es wichtig, das Erscheinungsbild dieser Hauterkrankung zu identifizieren. Wenn es auf der Haut erscheint schafft es rund, rötliche Flecken mit Trennern leicht erhöht, da sie größer werden. Die Zentren der betroffenen Gebiete klar geworden, und sie eine ringartige Aussehen verleihen. Die Näher capitis, Kopfhaut, diese Art der Ringelflechte beginnt mit kleinen Klumpen auf dem Kopf, die größer in der Größe wachsen und ein kreisförmiges Muster bilden. Die Näher manus, Hand, diese Flechte wirkt sich auf die Handflächen und auch die Abstände zwischen den Fingern. Die Näher pedis, Fet, diese Art verursachen können in den Räumen zwischen den Zehen Skalierung. Es kann Verdickung und Skalierung auf den Fersen und Fußsohlen verursachen ebenfalls. Tenea unguium, Nagel, Tenea unguium bewirbt, dass die Finger und Fußnägel dick zu werden, grümelig und gelb. Tenea cruris, Grün, Tenea cruris auch als Jock-Juckreiz bekannt ist, verursacht eine juckende, scheute, rötlich und manchmal schmerzhafte Hautausschlag in der Leistengegend. Tenea corporeis, Body, diese häufige Art von Ringelflechte produziert flach, rund und schuppige Flecken auf der Haut. Tenea faciei, Gesicht, Tenea faciei wirkt sich auf das Gesicht, indem man rote, schuppige Flecken auf der Haut. Diese gemeinsamen Symptome werden nur angezeigt, auf ihren Körper nach 4 bis 10 Tagen nach der ersten Exposition. Die Symptome der Kopfhautringelflechte erscheinen etwa 10 Tage nach der Infektion. Natürliche Heilmittel zur Behandlung von Ringwärm T-Baumöl T-Baumöl ist ein ätherisches Öl, das Heilung Ringelflechte die Füße beeinflussen helfen können. T-Baumöl enthält Antipilz und antiseptische Mittel, die verschiedene Arten von Hautkrankheiten zu behandeln. Es ist allgemein zur Behandlung von Pilzinfektionen, und verringert die Infektion effektiv genutzt. T-Baumöl ist auch eine effektive hausgemachte Behandlung von Akne und Pickel. Tränken Sie einen Wattebausch in T-Baumöl, drücken Sie das überschüssige Öl. Nun gelten diese T-Baumöl mithilfe dieser Wattebausch. Wiederholen Sie es dreimal täglich. Knoblauch-Extrakt Knoblauch wird mit Aione gewürzt, einem natürlichen Antipilzmittel. Es wird verwendet, um viele Arten von Pilzinfektionen zu heilen, einschließlich Ringwurm. Die Verwendung von Knoblauch für Haarausfall sind auch sehr beliebt. Dieses Mittel zeigt Versprechen Ringelflechte bei der Behandlung, wenn sie regelmäßig verwendet. Viele Studien deuten darauf hin, dass Aione groß ist diese Pilzinfektion zu heilen. Sie benötigen eine Knoblauchzehe schälen und in dünne Scheiben schneiden. Legen Sie diese Scheiben auf den betroffenen Bereich und wickeln einen Verband um ihn herum. Sie müssen es für die besten Ergebnisse über Nacht zu verlassen. Apfelessig Die Zutat, hauptsächlich für Salatdressing verwendet wird, ist eine der besten Hausmittel für Gewichtsverlust berücksichtigt. Apfelessig hat auch natürliche antimykotische Eigenschaften, die die Scherpilzflechteinfektion zu behandeln. Durch die Verwendung von Apfelessig in ihrer Nahrung, können sie auch loswerden Blutdruckprobleme bekommen. Um Abhilfe zu schaffen effektiv zu nutzen, unverdänt Apfelessig auf den fleckigen Bereich mit einem sauberen Wattebausch mehrmals täglich. Kokosnussöl Die Anwendung von Kokosöl für graue Haare und Behandlung von anderen Haar- und Kopfhautprobleme, ist bekannt. Die heilenden Eigenschaften in Kokosöl gefunden werden, sind äußerst effektiv den Ehrinfektionen zu behandeln. Dies ist eine einfache Zutat, die in ihrem Haus gefunden werden kann. Das Öl bietet große Erleichterung von juckender Haut, während der Bereich glatt und weich zu machen. Kokosöl auch stark bei der Behandlung von Kopfhautringwürmer verwendet. Jojobaöl und Lavendelöl Dies ist die sicherste und beruhigende Mittel, die Ringwürmer zu behandeln. Es wird verwendet, um die Infektion bei Babys zu heilen. Alles, was Sie tun müssen, ist in einem Teelöffel Jojobaöl einen Tropfen Lavendelöl mischen. Wenden Sie diese Mischung mit einem Wattebausch auf den betroffenen Bereich. Lassen Sie es auf dem Ringwurm. Senfkörner Senffürmen sind kleine Größe, aber sie sind große Mittel Ringwurm zu heilen. Weichen Sie die Senfkörner in Wasser für 30 Minuten und schleifen sie zu einer dicken Paste zu machen. Die Paste muss auf dem infizierten Haut aufgetragen werden, Linderung von Juckreiz und Irritationen zu sorgen. Kurkuma Dieses einfache Gewürz wir eigentlich in unserem täglichen Leben verwenden, hat einige große natürliche antibiotische Eigenschaften. Kurkuma, bekannt populär als der heilige Pulver mehrere hochwirksame Vorteile hat. Dieses Mittel wird Sie loswerden. Alle Arten von Bakterien und Pilzinfektionen bekommen helfen. Verwenden Sie frische Kurkumasaft auf die betroffenen Gebiete mit Hilfe von einem Wattebausch anwenden. Sie benötigen es, dreimal täglich anwenden, bis die Infektion verschwindet. Essig und Salz Wir wissen bereits, dass Essig fruchtbar gewesen Ringwürmer bei der Behandlung. Machen Sie eine dicke Paste aus Essig und Salz. Wenden Sie es direkt auf die Flechte und lassen Sie es für 5 Minuten auf. Die Leute, die diese Mittel verwendet haben Ringwürmer zu behandeln sagen, dass es etwa 7 Tage dauert die Infektion verschwinden zu helfen. Aloe Fra Die Verwendung von Aloe Fra Haarmaske für natürliche Haaranlage ist sehr beliebt in Schönheitkreisen. Allerdings ist es ein großes Heilmittel zu bekommen als auch von Infektionen der Haut befreien. Aloe Fra ist ein ganz natürliches Heilmittel für Ringelflechte und zahlreiche andere Hautprobleme. Entfernen Sie das Gel aus Aloe Fra und wenden Sie direkt auf der Haut. Lassen Sie es über Nacht auf und waschen Sie den betroffenen Bereich am nächsten Tag. Wenden Sie es jeden Tag, bis Sie von Ihrer Krankheit geheilt werden. Zitronengrastee Zitronengrastee ist das beste Mittel den Juckreiz zu reduzieren und Sie von der Infektion befreien. Sie müssen dreimal am Tag ein Glas Zitronengrastee zu trinken. Sie müssen die verwendeten Teebeutel auf der Ringwurm gleichzeitig anzuwenden. Olivenblatt Olivenöl ist zweifellos die beste Körpermassageöl, während Olivenblatt ein wirksames Mittel für Ringelflechte ist. Es hat Antipilzeigenschaften und hilft bei der das körpereigene Immunsystem zu stärken. Verbrauchen Sie dieses Blatt dreimal pro Tag, bis das Problem nachlässt und Sie fühlen sich leicht von innen heraus. Olivenblatt Olivenblatt